Herzlich willkommen hier bei der Jagd und Hund bei unserem Messestand von der Hubertus Loden Manufaktur. Ich bin Alexander Koloredo und werde euch heute ein paar coole Sachen aus Loden und Filz präsentieren. Wir schauen natürlich, dass der Loden wieder modern wird und es ist ein wunderbares Naturmaterial. Wir verwenden ausschließlich Naturfaser, das heißt es kommt da kein Plastik oder Elastan rein und wir fertigen auch alle unsere Produkte in der eigenen Manufaktur in Deutschland. Und hier sehen Sie zum Beispiel unsere Hundetasche, gefüttert mit Lodenpelz innen. Gibt es für kleinere Hunde, für ein bisschen größere Hunde bis 10 Kilo. Ein sehr beliebtes Produkt ist unser Hunderucksack. Sie sehen hier das Fenster, da schaut der Hund raus. Wenn der Hund einmal nicht dabei ist, kann man zumachen und es ist ein ganz normaler Rucksack. Hat einige Extras noch dabei, die können Sie sich gerne bei unserem Messestand anschauen oder auch im Onlineshop unter hubertusloden.com. Hier hinten sehen Sie unser PKW-Futteral. Das hängt man hinter den Kopfstützen ein, nutzt einen toten Raum im Auto, kann die Waffen gesetzeskonform absperren. Hier kann man auch Schlösser einhängen. Man zieht die Waffen dann einfach raus und ist blitzschnell im Einsatz. Vorne noch Taschen dazu, da kann man diverse Utensilien verstecken. Und natürlich gibt es auch Bekleidung bei uns. Hier sehen Sie zum Beispiel die Damen-Bellerine. Gibt es in diversen Farben, Farbkombinationen. Hier unser schönes Blau, unsere Farbe Enzian mit einer Sandpastel. Und bitte überzeugen Sie sich einfach selber und wir freuen uns jederzeit über Ihren Besuch. Herzlichen Dank.